Ja, manchmal gibt es Rahmenbedingungen, die im Arbeitsvertrag oder in einem Arbeitsverhältnis mit dem Mitarbeiter entstanden sind, vereinbart sind. Und ja, wie ändere ich die? Was kann man da machen? Das Wort Änderungskündigung kommt dann sehr, sehr häufig. Und dazu möchten wir heute hier einen Podcast aufnehmen. Und ich habe wieder Dr. Alexander Bissitz von CMS zu Gast. Ich freue mich sehr, Alex, dass du wieder dabei bist, weil das Thema, ich denke, da bist du sehr, sehr fit drin. Es sind sehr Firmen drin, es ist regelmäßig wahrscheinlich Gesprächsgegenstand von zahlreichen Beratungen. Und auch das eine oder andere Mal bei Gericht ist das Thema, wie es mit einer Änderungskündigung aussieht. Und da wollen wir uns mal so langsam drauf ranwagen, weil so eine Änderungskündigung erfordert eigentlich schon ein paar Dinge, die man im Voraus schon macht. Aber lass uns dann direkt einsteigen. Erstmal herzlich willkommen, Alex. Schön, dass du im Podcast bist. Vielen Dank, lieber Daniel, für die Einladung. Freue mich, dass wir zu diesem Jahr sehr praktischen und dann demnächst auch spannenden Thema Änderung von Arbeitsbedingungen, Änderungskündigungen uns hier austauschen können. Ja, grundsätzlich eine Änderungskündigung ist, leihenhaft, bitte korrigiere mich, ist eine einseitige Sache vom Arbeitgeber her. Oder könnte auch der Mitarbeiter eine Änderungskündigung von seiner Seite machen? Spannende Frage. Grundsätzlich ist es ja keine Einbahnstraße, das Arbeitsverhältnis, Dauerschuldverhältnis könnte theoretisch dann auch vom Arbeitnehmer gekündigt werden. Aber das habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Ist bei mir noch nicht auf dem Schreibtisch gelandet, will aber nicht ausschließen, dass es das tatsächlich in der Praxis gibt. Ich habe jetzt mal die Arbeitszeit geändert, auf 3 bis zu 40. Ja, gut. Da gibt es ja dann wieder Mechanismen, die im Gesetz noch vorgesehen sind. Gerade wenn du die Arbeitszeit nach oben oder nach unten anpassen möchtest. Also Teilzeitansprüche oder Aufstockungsansprüche sind ja gesetzlich geregelt. Da muss man dann nicht den Weg der Änderungskündigung nehmen. Aber sicherlich in anderen Sachverhalten kann das sicherlich auch nicht ganz ausgeschlossen werden, dass es mal sowas gibt. Gut, aber dann kann man schon sagen, es ist eigentlich eine einseitige Änderungskündigung. Ansonsten gibt es ja Änderungsvereinbarungen, wo man dann eine Zusatzvereinbarung macht, wo man sich dann einigt, das und das. Und dann wird von beiden unterschrieben. Aber bei einer Änderungskündigung heißt das ja, ich als Beispiel jetzt als Arbeitgeber kündige einen Passus, verändere einen Passus im Vertrag und setze den Mitarbeiter quasi vor vollendete Tatsachen. Ist das so richtig definiert? So kann man das im Grundsatz sagen. Bevor wir dann auf die Änderungskündigung im Einzelnen kommen, noch mal einen Schritt zurück. Du sagtest ja gerade, es gibt auch andere Mechanismen, Arbeitsbedingungen, gewisse Modalitäten im Arbeitsverhältnis zu ändern. Und die sollten vom Arbeitgeber natürlich vorher angedacht und auch möglicherweise durchgeführt werden, bevor man dann zur Änderungskündigung schreitet. Du warst es gerade schon angesprochen. Ein klassischer Weg ist der Änderungsvertrag, also eine bilateral geschlossene Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Arbeitsbedingungen ab einem gewissen Tag dann anzupassen. Sei es, dass man das Gehalt nach oben anpasst oder auch abschwächt oder absenkt, die Arbeitszeit ändert etc. Das hat natürlich den Vorteil, dass man nicht nur psychologisch, sondern auch aus rechtlicher Sicht erstmal eine konsensuale Abrede hat, die dann auch nur erschwert angegriffen werden kann, rechtlich, über eine Anfechtung zum Beispiel. Aber das ist erstmal dasjenige, was die Parteien wollen und daran sind sie erstmal gebunden. Zweite Möglichkeit ist der sogenannte Änderungsvorbehalt, den man im Arbeitgeber... Also das erste war Änderungsvertrag? Änderungsvertrag, ja. Und das andere ist der Änderungsvorbehalt? Änderungsvorbehalt, genau. Den findet man, kann man einseitig dann ausüben, muss allerdings vereinbart werden. Im Grundsatz vereinbart wäre ein klassischer Fall, was man ja auch in den Arbeitsverträgen von externen Mitarbeitern findet. Änderung des Arbeitsortes. Es steht eben drin, dass der Personaldienstleister den Arbeitsort bei verschiedenen Kunden in der Regel bundesweit festlegen darf. Es steht also nicht drin, Arbeitsort ist Köln oder Düsseldorf oder whatever, sondern es steht eben drin, wechselnde Einsatzorte. Das ist ja ein sogenannter Versetzungsvorbehalt, dass der Arbeitgeber eben einseitig festlegen kann. Du arbeitest heute dort, morgen dort und übermorgen dort. Es ist also keine Kündigung, die ausgesprochen werden muss, sondern per einseitiger Erklärung des Arbeitgebers angeordnet werden kann, dass dann eben die Arbeit auf die ein oder andere Art und Weise zu erbringen ist. Ein anderes Beispiel ist eben, fließt eben auch aus dem arbeitgeberseitigen Weisungsrecht, dass man dem Mitarbeiter gewisse Tätigkeiten zuweisen kann, die ja auch nicht immer abschließend im Arbeitsvertrag definiert sind, sondern dann einem gewissen Tätigkeitsprofil zuzuordnen sind. Beispielsweise Helfer steht dann drin und dann kann man dem Mitarbeiter eben alles, was dann eben mit Helfertätigkeiten verbunden ist, zuweisen, ohne dass man sagt, du machst eben nur das und das. Weil die Idee so ein bisschen, nochmal ein bisschen mehr darüber nachzudenken, weil ich das immer wieder mitbekomme, dass einige Personaldienstleister auch Lehrlaufzeiten haben, also keine Einsätze für Mitarbeiter, aber eventuell hätten sie zu veränderten Rahmenbedingungen eine Möglichkeit, die Mitarbeiter einzusetzen. Wir haben das jetzt ja gerade im Pflegebereich sehr stark, dass die Mitarbeiter ja in so einer Hochphase häufig eingestiegen sind, wo die einen sehr, sehr guten Stundenlohn haben und wir mittlerweile feststellen, dass die Kunden nicht mehr bereit sind, diesen Stundenlohn in Form des Verrechnungssatzes und den wirtschaftlich darzustellen, ja, dass nicht mehr bereit sind zu zahlen. Und was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Kündige ich den Mitarbeiter, weil ich zu diesen Rahmenbedingungen keine Aufträge mehr bieten kann, aber ich habe einen Rahmenvertrag mit einer großen Kette, mit einem großen Altenheimträger und jetzt könnte ich, wenn ich jetzt sage, okay, drei, vier, fünf Euro weniger die Stunde, dann habe ich auch wieder Aufträge, könnte ich ja überlegen, bevor ich den Mitarbeiter komplett kündige und aus dem Arbeitsverhältnis quasi dann entlasse, dass ich nur eine Rahmenbedingung ändere und sage, okay, unter den Bedingungen und vielleicht habe ich ja nachher nochmal die Möglichkeit, auch wieder einen höheren Stundenlohn zu zahlen, wenn sich die Auftragslage wieder anders besser entwickelt, wenn die Marktsituation besser ist, ist vielleicht eine schönere Lösung, als den Mitarbeiter dann dauerhaft nicht im Einsatz zu haben und dann komplett das Arbeitsverhältnis, dass das dann aufgelöst werden muss. Das ist ja, glaube ich, so auch mal was für den Mitarbeiter, ich würde sagen, ist nicht so positiv, aber ich glaube, es ist schon positiver, wenn ich nur eine Rahmenbedingung ändere, die mich in eine wirtschaftliche Situation bringt, dass ich wieder den Mitarbeiter belassen kann, bringt, bevor ich dann den Arbeitsverhältnis komplett dann beende, ohne eine Möglichkeit der weiteren Zusammenarbeit. Ja, wir müssen natürlich mal gucken, wenn wir über Entgelt sprechen, was ja auch so ein klassischer Ansatzpunkt für Änderungskündigung dann tatsächlich ist, über welches Entgelt sprechen wir? Du kannst natürlich jetzt nicht unter das tariflich festgelegte Entgelt oder sonstige Mindestarbeitsbedingungen gerade in der Pflege gehen, sondern das sind ja dann im Wesentlichen Arbeitsbedingungen, die dann freiwillig vereinbart wurden, über eine übertarifliche Zulage beispielsweise oder als sonstiges Entgeltbestandteil vereinbart wurden, aber die jetzt nicht in den Bereich reingehen, wie sie zahlen muss dann. Und das ist klar. Bevor man dann über eine Änderungskündigung nachdenkt, sollte man vielleicht einen Schritt zurück nochmal über eine entsprechende Vertragsgestaltung nachdenken, also dass man eben solche Einsatzzulagen oder übertarifliche Zulagen nur befristet vereinbart an, den Einsatz dann bindet, die dann automatisch auslaufen. Wenn man aber natürlich jetzt so eine Konstruktion gewählt hat, dass man den Mitarbeiter unabhängig vom konkreten Einsatz oder von der konkreten Tätigkeit oder vom konkreten Kunden fix zugesagt hat, dass du bekommst über das tarifliche Entgelt hinaus vier oder fünf Euro obendrauf, kommt man da eben nicht von runter. Also klar, einvernehmlich, aber man kann dann nicht per Weisung im Grundsatz ihm das Entgelt annehmen. Es gibt im Tarifvertrag gewisse Versetzungsklauseln, die es auch ermöglichen, dann eine geringwertigere Tätigkeit dann zuzuweisen, die aber nicht dann zwingend eine Entgeltrelevanz hat. Also es ist nicht automatisch damit verbunden, dass du noch weniger Geld bekommst, gerade wenn es dann über einen übertariflichen Lohnbestandteil geht. Sondern dann wärst du in der Tat in der Verlegenheit, in Anführungsstrichen, dann zu gucken, bevor man dann final das Arbeitsverhältnis beendigungskündigt, ob man dann nicht über eine Änderungskündigung nachdenkt, um den Mitarbeiter weiter zu beschäftigen, allerdings dann für jetzt, wie du gerade gesagt hast, weniger Entgelt. Und man natürlich keine einvernehmliche Lösung mit dem Mitarbeiter findet, sondern er sagt, nee, bin ich nicht mit einverstanden. Und du sagst, ja gut, dann weisen wir dir eine andere Tätigkeit mit einem geringeren Entgelt dann zu und kündigen dann sozusagen die UTZ weg oder reduzieren selbige. Kann man machen, aber immer, jetzt kommt wieder das große rechtliche Aber, klar, es ist dann eine Kündigung, die ausgesprochen wird. Du sagtest ja gerade, Beendigungskündigung ist ja darauf ausgerichtet, das Arbeitsverhältnis in Gänze zu beenden. Die Änderungskündigung ist ein sogenanntes zusammengesetztes Rechtsgeschäft. Man spricht eine normale Beendigungskündigung aus, bietet den Mitarbeiter aber gleichzeitig an, das Arbeitsverhältnis zu geänderten Konditionen fortzusetzen. Also in dem Fall, wir kündigen das Arbeitsverhältnis, bieten dir gleichzeitig an, aber dann zum Zeitpunkt X mit weniger Stunden Entgelt dann weiterzuarbeiten. Setzt dann voraus, dass der Mitarbeiter hat, verschiedene Möglichkeiten bei einer Änderungskündigung zu reagieren. Er kann es annehmen, dieses Änderungsangebot, dann setzt sich das dann eben fort auf Grundlage der geänderten Arbeitsbedingungen. Er kann es ablehnen in Gänze und sagen, nee, das interessiert mich nicht, mache ich nicht. Dann wandelt sich die Änderungskündigung in eine Beendigungskündigung. Also wird dann dazu führen, dass das Arbeitsverhältnis dann ausläuft, mit Ablauf der Kündigungsfrist. Oder er hat die dritte Möglichkeit, und da wird es dann wieder so ein bisschen tricky, er kann sagen, ja, ich nehme an, aber nur unter dem Vorbehalt der sozialen Rechtfertigung. Also nur wenn diese Änderung, die du möchtest und die du durch die Änderungskündigung herbeiführen möchtest, dann auch sozial gerechtfertigt ist. Also dann vom Arbeitsgericht geprüft wird und das Arbeitsgericht dann nachher sagt, ja, das war sozial gerechtfertigt, dann ändert sich der Arbeitsvertrag, wie vom Arbeitgeber gewünscht. Wenn das Arbeitsgericht sagt, nein, läuft das Arbeitsverhältnis auf Grundlage der alten Konditionen weiter. Und noch ein Punkt, der so ein bisschen schwierig ist bei Änderungskündigungen, denn man kann anders als beim Änderungsvertrag oder der Weisung über einen Versetzungsänderungsvorbehalt kann man die Arbeitsbedingungen nicht von jetzt auf gleich ändern, sondern man muss die Kündigungsfrist einhalten. Also es ist ja eine Kündigung, Änderungskündigung, weil das ist eben auch eine Kündigung und da bedarf es dann eben auch der Einhaltung der vereinbarten oder geltenden Kündigungsfristen. Also gerade wenn du dann langjährige Mitarbeiter hast, die dann da schon mit ein, zwei, drei, vier Monaten Kündigungsfristen da sitzen, ist natürlich immer die Frage, ob es das wirtschaftlich noch rechnet, ob du sagst, wir kündigen für einen Zeitpunkt, der in vier Monaten liegt und in der Zwischenzeit läuft das dann eben ganz normal weiter. Das ist immer so ein bisschen der wirtschaftliche Hemmschuh, weil du musst die Kosten ja dann erstmal weitertragen und dann möglicherweise in vier Monaten reduziert sich dann das Gehalt. Das ist immer so ein bisschen das Sperrige an der Sache, was dann eben auch oftmals nicht bekannt ist. Okay, und vielleicht auch einfach enthebelt wird, weil man dann einfach sagt, okay, wir machen das zum nächsten Monats. Ist ja eh ein Punkt, so eine Änderungskündigung. Ja, es wird das letzte Mittel, aber ich glaube, dass wir häufig dieses Mittel gar nicht wählen, obwohl es vielleicht auch häufig eine Lösung sein kann oder auch eine Idee ist, vorher nochmal ins Gespräch zu gehen. Ich glaube, jetzt, ich möchte auch mit dem Podcast jetzt auch mal den einen oder anderen mal wachrütteln, dass man, wenn man so Mitarbeiter hat, wo man sagt, diese Konditionen, die Rahmenbedingungen sind wirtschaftlich nicht mehr darstellbar, die versetzen uns in Schwierigkeiten und gefährden somit auch das ganze Unternehmen, dass man dann noch eher in die Gespräche geht und denkt, es ist nicht den Stein gemeißelt. Ich habe da so manchmal in meinem täglichen Doing auch nicht darüber nachgedacht, dass man ja auch was an den Rahmenbedingungen ändern kann. Wenn ich mich die ganze Zeit über die Rahmenbedingungen beschwere und sage, zu den Konditionen hätte ich die mal nie eingestellt, das ist überhaupt nicht realisierbar, habe ich gemerkt, das funktioniert nicht. Aber ich habe den jetzt eingestellt, das ist ein Arbeitsvertrag, das ist ein Stein gemeißelt, da ändern wir nichts mehr dran. Da mal das so ein bisschen aufzuweichen und zu sagen, wir könnten doch an der einen oder anderen Stelle auch mal nachbessern. Und das meine ich eben nicht, dass wir die Mitarbeiter alle drücken wollen. Das ist nicht die Idee dahinter. Aber manchmal ist es so, dass es in einer wirtschaftlichen oder in einer guten Konjunkturphase, die wir ja auch zwischendurch hatten, auch in der Pflege, dass wir dann Preise halt zahlen konnten, die zu dem Zeitpunkt realisierbar waren, aber ein Jahr, zwei, drei später auf einmal nicht mehr wirtschaftlich darstellbar sind. Und bevor man dann reihenweise Mitarbeiter kündigt oder diese Mitarbeiter hält, Garantiezahlungen macht und dann in eine wirtschaftliche Schieflage kommt, macht das ja vielleicht doch Sinn, sich Gedanken zu machen, wie man das Ganze macht. Ich habe aber noch, du hast sozial gerechtfertigt gesagt, ist das so ein bisschen dann ähnlich wie eine Sozialauswahl treffen oder hat das damit nichts zu tun? Ja doch, das ist schon das richtige Stichwort. Wenn man eine Beendigungskündigung ausspricht, braucht man ja einen Kündigungsgrund, der betriebsverhaltens- oder personenbedingt sein muss, um dann eben die Kündigung als sachlich und rechtlich berechtigt anzusehen. Und das ganze Bedarf ist auch bei einer Änderungskündigung. Also du musst dann eben, die zu ändernde Arbeitsbedingungen, musst dann eben auch, wenn du unter das Kündigungsschutzgesetz fällst, in allgemeinen Voraussetzungen, muss dann aus betrieblichen, aus verhaltens- oder personenbedingten Gründen, muss das sachlich gerechtfertigt sein. Und da kann unter anderem auch, gerade bei betriebsbedingten Gründen, eine Voraussetzung spielt, auch die soziale Rechtfertigung, also die Sozialauswahl eine mögliche Rolle, nämlich, dass man dann möglich, je nachdem, was du da ändern möchtest, ist, dass man dann auch unter den sozial vergleichbaren, oder unter den vergleichbaren Mitarbeitern den sozial am wenigsten schutzwürdigen rauspickst. Also du redest jetzt ja, da geht ja so ein bisschen die Reise hin, dass man das betriebswirtschaftlich nicht mehr abbilden kann, was man da mal vereinbart hat. Du sagtest gerade Pflege, dass man da zu Hochpreisen ja relativ hohe Vergütungen gezahlt hat, die sich jetzt wirklicherweise aufgrund der allgemeinen Marktentwicklung nicht mehr beim Kunden realisieren lassen, und dass das Ganze dann kippt, du also viele höhere Kosten hast, als dann tatsächlich eingespielt werden können durch den Mitarbeitereinsatz. Und du sagst, wenn wir das so machen, das ist ein Minusgeschäft für mich. Ich zahle also drauf, bekomme also das nicht rein. Das unterdämische Risiko steigt. Das ist halt wirklich so. Genau. Das ist auch nicht ein Hahn herbeigezogen, sondern das ist was, was ich in vielen Beratungen und Gesprächen und jetzt auch letztes Mal in den KI-Kompetenztagen auch mit dem einen oder anderen besprochen habe, wo ich sage, okay, da scheint auch wirklich was zu sein, was viele Leute, was viele Menschen betrifft, viele Dienstleister betrifft. Und das können wir nicht wegschweigen, sondern da müssen wir eben eine Lösung erarbeiten. Und es gibt ja Lösungen, und da wollen wir natürlich gucken, wie man die am sinnvollsten einsetzt. Weil ich hätte jetzt auch zum Beispiel gedacht, okay, ich habe gar nicht gewusst, dass es wirklich auch dann der ganze Arbeitsvertrag dann auch quasi dann gekündigt ist, wenn der Mitarbeiter das nicht annimmt. Aber vielleicht ist dem Mitarbeiter gar nicht so bewusst, auch da eine Aufklärungsarbeit leisten, zu sagen, mal zu, wegen den drei Euro, wer jetzt der Arbeitsfeld ist, komplett, oder wir gucken mal, oder wir machen irgendwie noch Variable, wir knüpfen das an Bedingungen, dass wenn du mit in dem und dem Geschäftsfeldbereich eingesetzt bist, dann können wir dir trotzdem noch als Beispiel die drei Euro zahlen, wenn in dem Bereich dann nur einen Euro, oder normal zu den Konditionen, dann halt nur mit diesem Preis. Weil natürlich, man könnte ja klassisch, man hat eine examinierte Pflegefachkraft, jetzt mal als Beispiel, fingiert 25 Euro die Stunde, ist die Mitarbeiterin eingesetzt, jetzt habe ich aber durch die Auftragslage, habe ich nur die Möglichkeit, sie irgendwo als Helferin, den Mitarbeiter als Helfer einzusetzen, als Pflegehelfer. Kann er ja genauso, ja, ist er sicherlich überqualifiziert, aber wenn ich dann den Mitarbeiter dauer 25 Euro weiterzahle, und dann ist es wirtschaftlich, gut, dann würden aber einige, wie siehst du dann, wenn einer sagt, die Mitarbeiter sagen, dann ist doch nicht mein Risiko, das ist doch, dafür bist du doch Unternehmer, ist doch dein wirtschaftliches Risiko, musst du doch selber dann irgendwie tragen, aber dadurch gefährde ich ja trotzdem die Arbeitsplätze der anderen und muss ja gucken, ich versuche ja, da eine Lösung zu erarbeiten. Wie siehst du das? Kannst du das so ein bisschen nachvollziehen, dass dir der Wunsch der Personaldienstleister da nach Veränderung auch besteht? Ja, natürlich, der Wunsch besteht, selbstverständlich, dass natürlich ein Arbeitnehmer sagt, ja, pack das uns sehr wann, also Verträge sind erstmal verbindlich und du, lieber Arbeitgeber, hast das ja mal zugesagt, du musst dich auch daran festhalten lassen, du trägst das unternehmerische Risiko, ist ja erstmal nur billig und recht, auf eine vertragliche Vereinbarung zu bestehen, die man mal abgeschlossen hat, gerade weil das ja auch dann je nach Lebenslage, drei, vier, fünf Euro weniger, durchaus je nachdem, was man für Verbindlichkeiten hat, für den Mitarbeiter elementare Auswirkungen haben kann, aber das kippt natürlich ein bisschen, wenn man dann durch diesen, ich sage es mal, Egoismus, jetzt nicht im übertragenen Sinne Egoismus, dann das Unternehmen an sich gefährdet, weil wenn dann noch eine ganze Anzahl von anderen Mitarbeitern solche Konditionen haben und es die Auftragslage schlichtweg nicht hergibt, wird man als Arbeitgeber nachher natürlich nicht mehr viele Möglichkeiten haben, entweder die Gesellschafter müssen zuschießen, um dann sozusagen einen Zustand zu schaffen, dass man auch über den Zeitraum hinaus, perspektivisch, bis dann die Auftragslage wieder anzieht, das zu überbrücken, oder man ist natürlich dann in der Situation, dass einem nichts anderes übrig bleibt, als dann zu versuchen, auch einseitig dann entsprechende Maßnahmen einzuleiten, um dann den Kostenapparat zu senken. Und da ist das Mittel der Änderungskündigung natürlich nicht ganz fernliegend, um dann auch ohne eine Verhandlung und eine Zustimmung des Mitarbeiters dann in einen Bereich zu kommen, der es erlaubt, dass das Unternehmen zukünftig auch wieder wirtschaftlich arbeitet und gerade nicht gefährdet wird. Aber da ist man natürlich schon in so einem Grenzbereich. Ab wann kann man das denn machen? Also man kann als Arbeitgeber ja nicht beliebig dann sagen, ich verdiene zu wenig beispielsweise, will sozusagen meine Rendite erhöhen, die eh positiv ist, und optimieren und kündige dann aus diesen Erwägungen. Das ist ja jetzt auch nicht ganz fernliegend aus unternehmerischer Sicht. Da ist die Rechtsprechung auch sehr eng, gerade wenn es um Entgeltreduktion geht, dass man dann schon in so einen Bereich reinkommt, dass man als Sanierungsfall im übertragenen Sinne gilt und dass man als Unternehmer dann auch ein entsprechendes Sanierungskonzept entwickelt oder ein wirtschaftliches Konzept vorlegt, um zu gucken, wie kriegen wir dann das Gesamtunternehmen wieder auf die Spur. Und da mag ein Bestandteil auch die Reduktion von Entgelt bei Mitarbeitern sein, aber nicht nur. Man kann es dann nicht nur ausschließlich auf die Mitarbeiter abwälzen, sondern man hat dann auch irgendwo anders noch gespart. Also jeder leistet dann seinen Beitrag, damit das eben nicht so unausgewogen wird und dann eben das unternehmerische Risiko dann vollends auf die Mitarbeiter abgelastet werden kann. Und dann muss man natürlich dann in der Breite schauen, wo kriegen wir dann noch weitere Cost-Talings generiert, um dann das Unternehmen zukunftsorientiert aufzusetzen. Ich hätte nochmal so ein Beispiel, Alex, da würde mich mal interessieren, wie du damit rechtlich umgehen würdest. Ist doch sicherlich was, was jeden Tag da draußen ein paar Mal auch passiert. Regionales Zeitarbeitsunternehmen setzt seine Mitarbeiter so 30 Kilometer um den Wohnort herum ein. Man hat ein gewisses Kundenklientel, man hat einige Kunden, die in dem Umkreis des Standortes so 30 bis 50 Kilometer entfernt sind. Jetzt haben wir einen Mitarbeiter, der verliebt sich neu und der zieht auf einmal, muss ja noch niemals einen ganz anderen Ort, irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie 200, 500 Kilometer weit weg sein, aber allein schon irgendwie 80, 90, 100 Kilometer weit entfernt, heißt ja für mich als Dienstleister ja auch, ich habe eigentlich keinen Auftrag mehr für den Mitarbeiter oder er muss besonders weit fahren. Und wir wissen ja auch, wenn ich dann auf einmal dem Mitarbeiter sage, ja gut, dann fährst du halt 60, 70, 80, 90 Kilometer, weil du hast dich jetzt außerhalb unseres Gebietes eine neue Unterkunft gesucht, du hast dich da verändert örtlich, habe ich ja ein Riesenthema. Aber eigentlich habe ich ja im Vertrag stehen, vielleicht sogar bundesweit, aber ich praktiziere das gar nicht, dieses bundesweite, sondern der hat sich einfach nur jetzt ein bisschen weiter und beschwert sich dann, dass die Einsätze so weit weg sind. Such mir doch was in der Nähe, ich biete meine Arbeitsleistung an. Wie würdest du damit umgehen? Gibt es da Rahmenbedingungen, die man schaffen kann, auch von rechtlicher Seite, dass man sich da absichert? Ja, das Schwierige ist es natürlich, in Arbeitsverträgen so eine Art Residenzpflicht zu begründen. Also dass man sagt, du nimmst deinen Wohnort, dein Wohnsitz nur in einem gewissen Radius um den Unternehmenssitz, weil wir da unsere Kundenstruktur haben. Sondern dann muss man in der Tat sagen, dass man eben gerade, dass man bei dem Thema Versetzungsklausel, dass man eben nicht sagt, du bist bundesweit einsetzbar, sondern beschränkt, das sind dann eben 20, 30 Kilometer um den aktuellen Sitz des Unternehmens herum, bekommst du Einsätze zugewiesen. Er hat natürlich auch sein Für und Wider. Wenn du das so reinschreibst, dann darfst du eben nicht darüber hinausgehen. Es kann natürlich auch sein, dass du auf einmal dann Kundeneinsätze hast, wir nehmen mal den Umstand weg, dass er sich ordentlich verändert. Und dann sagt er, nee, ich muss aber nicht 50 Kilometer fahren, sondern ich stehe hier, fahrt reinig drin, 20 bis 30, dann ist Schluss. Jetzt in dem konkreten Fall ist es natürlich so, dass der Mitarbeiter seine Arbeitsleistung ja angeboten hat und du als Arbeitgeber dann gemäß der arbeitsvertraglichen Vorschriften ihn dann Kundeneinsätze auch bundesweit zuweisen kannst, natürlich nicht muss. Wenn du sagst, nee, wir haben hier nur eine Kundenstruktur 20 bis 30 Kilometer im Umkreis, dann weisen wir dir jetzt auch einen Einsatz zu, der in diesem Bereich liegt, dann musst du eben kommen. Ob der sich dann da wegmobilisiert hat, ist dann nicht dein Problem, sondern er muss dann da den Dienst so antreten, wie du das angewiesen hast. Und wenn er das nicht kann, nicht will, dann verletzt er eben seine vertraglichen Pflichten. Er sagt dann, nee, da musst du weit fahren und dann kannst du sagen, ja, das ist ja nicht mein Problem, sondern du hast dich freiwillig dazu entschieden, woanders hinzuziehen. Da habe ich leider keine Kunden und ich bin nicht verpflichtet, jetzt dort Kunden aufzubauen, weil du jetzt da hingezogen bist, sondern wir haben hier Kunden, 20 bis 30 Kilometer, dann musst du eben in den sauren Apfel beißen hier hinkommen. Wenn du das nicht willst oder kannst, dann verhältst du dich vertragswidrig, dann kann ich dich abmahnen und dann wegen Arbeitsverweigerung im Zweifel dann noch das Arbeitsverhältnis kündigen. Das wäre die logische Konsequenz. Das ist natürlich dann, wie es mir alle, wieder so Blutschweiß und Tränen-Taktik. Du musst gegenüber deinem Kunden ja dann dich erklären, warum der Mitarbeiter nicht kommt, muss Ersatz beschaffen, wie auch immer. Und wenn du schon daran fühlen kannst, er ist 500 Kilometer weit weggezogen, der wird kaum dann zu Einsätzen kommen können. Das wird er de facto nicht machen, wird krank dann erstmal und wird dann eben alles Mögliche einleiten, um dann auch eine Beendigung zu provozieren. Da sollte man meines Erachtens aber auch dann mit offenen Karten spielen, mit den Mitarbeitern sprechen und sagen, hör mal, wie stellst du dir das in Zukunft vor, wenn du weg bist, wir haben keine Kunden dort, können wir jetzt das Katz-und-Maus-Spiel machen, ob du da Lust drauf hast, weiß ich nicht, ich habe da keine Lust drauf, dann lass doch so fair sein und das Arbeitsverhältnis beenden und du suchst dir dann was Neues. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass man dann noch eine Abfindung zahlt oder so, sondern der Mitarbeiter hat ja dann den Stein des Anstoßes dann begründet, um dann zur Beendigung dann zu kommen, auch wenn er es nicht ausgesprochen hat. Aber dass man jetzt ihm da was suchen muss in dem Bereich, das sehe ich nicht. Aber man kann es dann eben einhegen, indem man dann den Radius begrenzt und dann eben auch ausdrücklich sagt, du musst hier hinkommen. Bundesweit könnte er natürlich sagen, ja, weiß mir doch was anderes zu, aber wenn du da nichts hast und sagst, haben wir nicht, dann muss er eben dann noch die Reise antreten und dann eben den Dienst dort so anbieten oder erledigen, wie das eben von dir angewiesen wurde. Wenn ich das so überlege, das ist wirklich sehr, sehr häufig schon passiert, ich weiß auch nicht, wo die Motivation des Mitarbeiters herkommt. Der ist die ganze Zeit in einem Gebiet, im Einsatz, läuft alles irgendwie gut und auf einmal informiert er dich, ja, ich bin jetzt ein bisschen weiter weggezogen, habe mir da eine Wohnung und das ist außerhalb des Gebietes, also das habe ich immer wieder erlebt, wo ich sage, was habe ich da falsch gemacht, warum spricht der mit dabei, also würde ich da auch sagen, ich kann da jetzt auch nicht zu meinem Arbeitgeber gehen, ich habe die ganze Zeit meinen Standort damals in Unna gehabt und bin dann nach Warendorf und würde dann sagen, ja du, ich habe jetzt keine Lust mehr von Warendorf jetzt nach Unna zu fahren, das ist ganz schön weit, da muss ich eine Stunde hin, eine Stunde zurückfahren, das finde ich nicht mehr cool, such mir was in der Nähe, mach mir den Standort an Warendorf auf, also so manchmal, aber du hast natürlich recht, dass da eben so die Macht ist faktisch und dann größer ist, dass man sich da neu verliebt hat oder was weiß ich, was dann für persönliche Umstände in der Regel ja eine Rolle spielt, aber dann muss dann natürlich der Mitarbeiter auch so ehrlich zu sich selber sein und dann an sich auch sicher was Neues suchen, ansonsten gibt es eben Konflikte, gerade wenn der Arbeitgeber, er kann ja nicht gezwungen werden, da eine Niederlassung aufzumachen oder da Kunden zu rekrutieren oder akquirieren, wenn du da kein Netz hast und dann in der Zeit den Mitarbeiter dann beschäftigen oder anderen Verzug dann zahlen, also sprich Garantie, hat aber natürlich dann jetzt nichts mit Änderungskündigungen zu tun, sondern die Arbeitgeber Aber die Folge dann daraus, die müsste ja dann eine Änderungskündigung machen und sagen immer zu, ich habe eigentlich nur regional jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt nicht bundesweit hätte, dann müsste ich ja dann eine Regel machen, okay, dann müsste ich halt auch bundesweit dann eine Änderungskündigung machen, dass das Einsatzgebiet dann bundesweit ist. Ja, du könntest ja theoretisch, wenn das nicht begrenzt hat, bundesweit einsetzen, aber das möchtest du ja vielleicht gar nicht, sondern du möchtest ja nur regional einsetzen, dann kann man natürlich auch einen Radius arbeitsvertraglich einziehen, wenn du es nicht hast, dann musst du bundesweit erstmal Einsätze suchen, aber wenn du keine hast, sondern nur in diesem regionalen Gebiet, dann kannst du natürlich auch ganz normal zuweisen, dass du den Arbeitsvertrag ändern musst, denn du kannst ja bundesweit zuweisen, heißt auch dann bei dir im Umfeld und wenn der Mitarbeiter den Wohnsitz verlegt hat, ist das nicht dein Problem, er muss dann den Einsatz annehmen, wenn nicht, fällt er sich vertragswidrig. Okay, ja da haben wir jetzt auch mal ein bisschen, wenn ich jetzt schon wieder so in dieses Szenario denke, da wird mir schon wieder Angst und Bange, wenn man das immer so erlebt hat. Solche Geschichten sollte man natürlich konsensual regeln, das ist natürlich auch nicht mehr so die ganze feine Englische, wenn der Mitarbeiter sich dann einfach wegmobilisiert und dann den Arbeitgeber vor vollendete Tatsachen stellt und du dann nachher denkst, was soll das denn, das ist auch nicht ganz fair, dennoch sollte man da im Nachgang versuchen, dann konsensuale Lösungen herbeizufinden, denn Biden dürfte ja klar sein, dass der nicht täglich 500 Kilometer hin und zurückfährt, um dann da eine Acht-Stunden-Schicht zu schieben und dass das dann früher oder später beendet wird, dürfte auf der Hand liegen, ist nur die Frage, wie möchte man das dann beenden und wie ist da die Interessenlage bei Biden? Der Arbeitgeber wird ja direkt beenden wollen, weil er weiß, bringt nichts, Mitarbeiter möchte vielleicht da was rausholen oder wie auch immer. Da hat man natürlich das gerade von mir schon angesprochene Katze und Maul-Spiel mit Abmahnungen und so weiter und so fort, was für alle Beteiligten natürlich jetzt nicht so das schönste Szenario ist. Jetzt nochmal zu den einzelnen Maßnahmen, die möglich sind, bevor man halt zu einer Änderungskündigung dann kommt. Aber was sind denn die häufigsten Sachen, die überhaupt geändert werden im Vertrag und was ist so unproblematisch? Manchmal haben wir auch gesetzliche Rahmenbedingungen, die sich auf einmal irgendwie ändern und da mussten wir auch schon ein paar Mal an den Arbeitsvertrag ran oder Zusatzvereinbarungen machen, die man dann sich vom Mitarbeiter gegengezeichnet haben, die eigentlich eher sogar den Mitarbeitern einen Vorteil brachten. Aber trotzdem musste der Vertrag und der Mitarbeiter, wenn er nicht gesagt hat, hätte dann eine Änderungskündigung. Das wäre dann auch zum Beispiel ein Grund gewesen, dass das Arbeitsverhältnis dann ja auch endet. Das ist denn, wenn man den Mitarbeiter besser stellt, muss man... Ja, also das ist eben so die Besserstellung wird der Mitarbeiter in der Regel ja akzeptieren. Also wenn das dann zumindest einseitig ihn begünstigen... Manche sehen die das nicht. Also Vertrags- und Formulierungen kann ja manchmal so sein. Warum muss ich da jetzt unterschreiben? Dann gibt es Mitarbeiter, nein, unterschreibe ich nicht. Herr Müller, nein, will ich nicht unterschreiben. Und dann bist du da und denkst, du stellst dich doch eigentlich besser. Es haben sich Dinge geändert. Wir müssen das so reinschreiben. Das muss jetzt vertraglich eingetragen werden. Und er sagt, nee, will ich nicht für den Vertrag nicht so. Und dann kannst du ja nur eine Änderungskündigung machen, oder? Ja gut, man kann natürlich theoretisch den Mitarbeiter entgegen der vertraglichen Vereinbarungen dann einfach besser stellen. Also da wird der Mitarbeiter ja nicht gegen klagen. Also wenn sich beispielsweise Entgelte anpassen oder besondere Leistungen im Tarifvertrag nicht vorgesehen sind und man das dann eben überweist oder entsprechend abrechnet, wird es ja kein Mitarbeiter dagegen werden. Hey, du hast mir jetzt 3,50 Euro oder 500 Euro zu viel überwiesen. Sondern das nimmt man ja an. Da hast du auch grundsätzlich keine Notwendigkeit, erstmal eine Änderungsbedingung auszusprechen. Dann hast du nur einen Widerspruch zwischen Vertrag und tatsächliche Abwicklung dann. Aber du bist ja gehalten, dann die entsprechenden Arbeitsbedingungen so nach oben hin anzupassen. Ansonsten fängst du dir natürlich dann eine Rüge von der Bundesagentur für Arbeit, warum du dann eben Tarifverträge, Gesetze, wie auch immer, nicht anwendest. Also das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich kenne das natürlich aus der Praxis, dass Mitarbeiter da so komplett auf die Bremse springen und sagen, ich unterzeichne gar nichts, was der Arbeitgeber mir angeht. Ja, weil die Sorge haben. Die haben halt Angst, dass sie irgendwie hinters Licht geführt werden. Die vermuten halt, dass hinter jedem Baum Feinds ist und dann will man das. Man hat ja sowieso Arbeitsverhältnisse, die irgendwie ein bisschen zerrüttet sind. Da gibt es eben Probleme und dann kommst du mit so einer Änderung und dann sagen die, nee, warum? Die wollen jetzt was von mir. Jetzt kann ich mal Macht demonstrieren und dann spielen die das manchmal so aus. Ja, also man muss dann eben im Einzelnen schauen, was wird denn dann tatsächlich oder muss geändert werden. Es kann natürlich sein, dass sich dann eine gewisse gesetzliche Anforderung auch zulastendes Mitarbeiters ändern. Auch da kommt es natürlich im Einzelfall darauf an, was ist denn das? Wenn das natürlich zwingende Vorschriften sind, die jetzt auch gerade aus übergeordneten, allgemeingültigen Interessen dann da reingeschrieben oder ins Gesetz aufgenommen wurden, muss man natürlich gucken, wie das mit dem Arbeitsvertrag kollidiert. Führt das dazu, dass die bisherige Regelung nicht dicht wurde? Dann hat man natürlich keinen Anspruch darauf oder es ist dann einfach eine Nice-to-have-Regelung, wo man dann sagen kann, da kollidiert dann das Gesetz mit dem Arbeitsvertrag, aber der kann dann eben darüber hinausgehende Ansprüche nach Günstigkeitsprinzip aus dem Arbeitsvertrag dann ableiten. Also das muss man vielleicht ein bisschen spezifizieren. Worum geht es da? Aber nicht jede gesetzliche oder tarifliche Änderung rechtfertigt dann eine Änderungskündigung. Also man hat das mal diskutiert im Zusammenhang mit Änderung von AGB-Recht, was auch für Arbeitsverträge gilt, ob das dann eben Änderungskündigungen rechtfertigt und das wird man so in der Pauschalen hat und weiß nicht bejahen können. Also Hintergrund ist, dass auf einmal arbeitsvertragliche Regelungen unwirksam wurden, beispielsweise Ausschlussfristen, weil der Gesetzgeber höhere Anforderungen an die Wirksamkeit solcher Ausschlussfristen gesetzt hat. Die Frage war dann, wenn man dann nicht gerade Übergangsfristen hatte, kann man dann sozusagen eine Änderungskündigung damit begründen, dass dann diese arbeitsvertragliche Vereinbarung auf einmal unwirksam wird oder kann man das dann eben mit der Änderungskündigung so ändern und anpassen, dass es dann wieder gesetzeskonform ist. Und da wird man wohl sagen, das geht nicht ohne weiter, sondern da ist der Arbeitgeber eben der Gekniffene. Wenn der Gesetzgeber dann die Spielregeln ändert und man dann nicht gewisse Übergangskürsten hat, die man genutzt hat, dann hat der Arbeitnehmer eben Glück. Die Regelung, die zu seinen Lasten wird, wird dann unwirksam und der Arbeitgeber kann sich nicht darauf berufen. Änderungen im Tarifvertrag, ist das auch, muss ich da im Arbeitsvertrag auch nochmal aktiv werden? Müsste da auch noch was geändert werden? Oder muss der Mitarbeiter das akzeptieren, weil das jemand anderes behandelt? Man hat ja in der Regel eine dynamische Bezugnahmeklausel drin. Es gelten ja die tariflichen Bestimmungen anhand der jeweils gültigen Fassung des Tarifvertrages. Das heißt also, er wird immer wieder automatisch neu in das Arbeitsverhältnis dann eingespielt und dann entsprechende Änderungen gelten dann auch automatisch ohne dass einer Änderung bedarf. Aber es kommt natürlich darauf an, wenn es da gewisse Spezialisten in der Branche gibt, die dann so ein Links- und Rechts- System ein bisschen was geregelt haben, was Tarifverträge jetzt nicht so ganz 100% abbildet, was mit Blick auf Abbedingungen von Equal Pay, Equal Cheap, wenn es sowieso kritisch ist, könnte natürlich so ein Mitarbeiter daherkommen und sagen, nee, das ist günstiger als mein Arbeitsvertrag, deswegen bleibt er eben auf dem Arbeitsvertrag haften. Also das ging geschoben. Da muss man natürlich gucken, was hat man da konkret vereinbart? Was geht es da? Das ist schwierig, da so eine pauschale Beurteilung jetzt hier noch zu geben. Was muss ich jetzt eigentlich, Alex, das war jetzt mal so eine Frage, habe ich auch eine Nachricht bekommen, fast jetzt nicht ganz, aber es passt so ein bisschen in den Tarifvertrag rein. Was schreibe ich denn derzeit in meinen Arbeitsvertrag rein? Machen wir laut IGZ oder BAP oder kann ich jetzt schon GVP schreiben oder wie müsste ich jetzt mich eigentlich richtig verhalten? Weil es gibt ja noch keinen neuen, gemeingültigen Tarifvertrag für den GVP. Also du hast recht, es gibt ja eben noch die beiden ursprünglichen Tarifwerke, BAP und IGZ, die auch überführt wurden auf den GVP und das heißt, die bisher BAP beziehungsweise IGZ-Tarifverträge angewendet haben, nehmen natürlich in ihren Arbeitsverträgen weiterhin Bezug auf dieses Tarifvertragswerk, aber empfehlenswert ist, einen Zusatz reinzunehmen, dass dann eben diese tariflichen Regelungen abgelöst werden, automatisch abgelöst werden durch dann vom GVP irgendwann einmal hoffentlich dann vereinheitlichte Tarifwerke, dass man also da nicht nochmal um die Häuser gehen muss und dann die ganzen Unterschriften einzusammeln, sondern dass man dann über die Dynamik, die dadurch entsteht, sagt so, gegenwärtig wird alles, was BAP beziehungsweise IGZ ist, abgebildet, auch dynamisch. Wenn es dann zu einer Bereinigung kommt, also Zusammenführung der Tarifverträge, das dann eben ersetzende, ergänzende oder ändernde Tarifverträge, die seitens dann das GVP für den gesamten Verband abgeschlossen werden, also IGZ, BAP und IGZ-Mitglieder, dass man dann automatisch überführt und dann nicht noch eine Unterschrift benötigt. Okay, aber heißt ja eigentlich, wenn wir das mit reinschreiben wollen, ist es ja wieder eine Änderung des Arbeitsvertrages und dann müsste ich damit wieder eine Unterschrift holen vom Mitarbeiter, oder? Ja, klar, bei Neueinstimmung kannst du es natürlich machen. Wenn du es natürlich bei Altverträgen drin hast, dann wäre es eine Vertragsänderung, die man natürlich einvernehmlich umsetzen kann oder dann per Änderungskündigung. Da stellt sich natürlich die Frage, ob man dann einen Grund dafür hat, das jetzt zu ändern, weil erstens weiß man ja nicht, ob es kommt. Also das hoffen wir alle und gehen auch alle von außen und man weiß nicht, wann es kommt. Also ob man jetzt schon sagen kann, man hat einen betrieblichen Grund, das wäre es ja, auch einen dringenden betrieblichen Grund, jetzt dafür zu sorgen, dass die Bezugnahme-Klausel per Änderungskündigung der Gestalt angepasst wird, um dann gerüstet zu sein für eine Tarifvertragsumstellung, da würde ich mal ein großes Fragezeichen dran machen. Also das dürfte schwierig werden, das jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu begründen, weil man noch gar nicht weiß, kommt was und wie sieht das dann aus und wann erfolgt das. Sondern da muss man dann, gerade wenn man dann eine höhere Fluktuation hat, sollte man natürlich jetzt anfangen, die Verträge zu ändern, damit man perspektivisch dafür gerüstet ist und dann zu gucken, wie viel haben wir noch im Altbestand. Da müsste man dann gucken, kriegen wir die Einvernehmlich rüber und für diejenigen, die man da nicht rüberbekommt, könnte man dann eine Änderungskündigung aussprechen, weil die Tarifverträge ja dann mehr oder weniger ins Leere gehen. Die dürfen ja dann statisch weiter gelten und nicht aktualisiert werden aufgrund des neuen Tarifvertrages. Da könnte man natürlich schon drüber nachdenken, ob das nicht dann dazu berechtigt, eine Änderungskündigung auszusprechen. Aber da müsste man es schon haben oder das müsste absehbar sein. Das wird ja jetzt nicht von jetzt auf gleich kommen, sondern mit einer gewissen Ankündigung, wann es umgestellt wird, dass man auch reagieren kann, um dann auch Kündigungsristen einzuhalten. Also da könnte man schon eine rechtliche Begründung drum rumbauen, dass man da ein besonderes, betrieblich bedingtes Interesse hat, die Verträge dann auf das neue Tarifwerk umzustellen. Gut. Spannende Frage, aber da sind ja auch... Ich habe immer, das ist schön, dass ich mal heute schon die zweite spannende Frage und das kommt ja auch sehr ehrlich rüber bei dir. Das heißt, das scheint wirklich mal so ein bisschen was Außergewöhnliches zu sein. Manchmal mache ich mir halt Gedanken, so wie das halt so dann ist, so was im Tagesgeschäft dann so passiert. Ja, aber alle, die jetzt zugehört haben, die werden ja dann die Verträge morgen umgestellt haben, dass zumindest Neueinstellungen dann soweit umgerüstet sind und schon aufgegleist werden, dass man da hoffentlich durch eine hohe Fluktuation dann nicht mehr so, also hoffentlich, dass man jetzt in dem Sinne hoffentlich da nicht mehr so viel Altbestand hat, den man dann dann noch umstellen müsste. Okay, und wer Beratung dabei braucht, den Arbeitsvertrag umzustellen, die Formulierung richtig, sollte auf jeden Fall bei dir anrufen und sich von dir beraten lassen. Ich weiß, du erstellst ja auch Arbeitsverträge und ja, sehr, sehr gut. Alex, kommen wir so langsam zum Ende. Haben wir noch was vergessen? Ich weiß, das ist ein sehr ausführliches Thema, also ich dachte so, ach komm, Änderungskündigung, wir wollen mal kurz drüber reden, aber man merkt doch, da gibt es viele Feinheiten. Aber haben wir noch was Grundlegendes vergessen, was wir auf jeden Fall noch erwähnen sollten? Ja, ich würde es nur noch mal kurz zusammenfassen wollen. Also Änderungskündigung kann man einseitig die Arbeitsbedingungen ändern, aber das sollte immer eine Ultima Ratio sein, also immer nur letztes Mittel, wenn man dann nicht durch eine einvernehmliche Vertragsänderung weiterkommt oder durch Änderungsvorbehalte gar nicht in die Verlegenheit kommt, Änderungskündigungen auszusprechen zu müssen, sondern dann über arbeitsvertragliche oder tarifliche Wege Arbeitsbedingungen anpassen kann. Wenn man sich dann entschließt, Änderungskündigungen auszusprechen, sollte das nicht unvorbereitet geschehen. Das ist eben rechtlich doch ein sehr heikles Thema. Da sollte man also nicht blauäugig reingehen, sondern weil man auch bei der Formulierung der Kündigung da schon besondere Aufmerksamkeit behalten lassen sollte, damit man nicht da schon formelle Fehler macht. Wie auch bei Kündigungen generell, klar, Schriftform, Zustellung und so weiter, aber bei der Änderungskündigung ist es aufgrund der Darstellung noch ein bisschen komplexer, weil man ganz genau konkret darlegen muss, welche Arbeitsbedingungen ändert sich ab wann und so weiter. Das ist nicht ganz trivial. Ja, das würde ich dann nochmal so zusammenfassend zu sagen wollen. Und ich kann vielleicht auch noch so nochmal sagen, sprecht mit euren Mitarbeitern. Es muss halt nicht immer zu einer Änderungskündigung kommen, sondern man kann im Vorfeld schon einiges machen. Und macht euch mal wirklich Gedanken über den einen oder anderen Kandidaten, ob man da vielleicht gar nicht mit einer Kündigung arbeiten muss, sondern vielleicht einfach nur Rahmenbedingungen ändert und auf einmal ist so ein Arbeitsverhältnis wieder für beide Seiten spannender. Ja, vielleicht akzeptiert der ein oder andere Mitarbeiter auch gerade, was vielleicht das Monetäre angeht, sogar auch die Veränderungen und kommt ihnen da entgegen, weil er sich vielleicht sogar besser fühlt dabei, hat dann keine Garantiezahlung, weil Mitarbeiter auch gerade, die fühlen sich häufig, und das kann ich auch verstehen, gar nicht wohl, wenn die Garantiezahlungen bekommen. Also sie arbeiten, kriegen trotzdem Leistung und fühlen sich damit nicht wohl. Und das kann ich auch nachvollziehen. Man sitzt zu Hause, sitzt auf gepackten Koffern, so überträgen im Sinne und weiß gar nicht, wo geht es denn morgen, übermorgen, wo am nächsten Montag hin. Wenn man da die Rahmenbedingungen ändern kann und kann dann doch dem Mitarbeiter Gewissheit geben, kann es durchaus häufig sein, dass der Mitarbeiter sich überfreut darüber und glücklich ist, weil er mehr Planungssicherheit hat. Weil Planung ist gerade in der jetzigen Zeit immer das A und O. Die Mitarbeiter wollen Gewissheit haben und Gewissheit mag niemand. Und deshalb glaube ich, kann das eine gute Möglichkeit sein. Vielleicht also mal so ein Aufrüttler, so ein Denkanstoß. Macht euch mal dazu Gedanken und versucht das natürlich im beidseitigen Einvernehmen dann zu klären. Und wenn es gar nicht geht, aber kann trotzdem die Änderungskündigung nochmal eine Alternative sein, wo man dann vielleicht auch nachher in der Verhandlung sagt, na gut, dann machen wir die zwei Euro noch und auf einmal ist die Auftragslage irgendwie besser oder so. Dann kann man ja doch vielleicht nochmal sprechen und dann doch eine Lösung einvernehmlich wiederfinden. Weil auch diese ganzen Gütetermine sind ja eigentlich auch dafür gedacht, dass man das Arbeitsverhältnis eigentlich weiterführt. Das darf man nicht vergessen. Und ich habe das durchaus das ein oder andere Mal auch gemacht. Ich bin ja wieder zurückgenommen, weil auf einmal Differenzen dann doch oder man wieder gesprochen hat, ins Gespräch gekommen ist. Ja, das ist in der Tat ein schlauer Gedanke, dass man natürlich auch über solche streitigen Geschichten dann über die Vermittlung des Richters in der Güte mal miteinander spricht und auch der Mitarbeiter dann vielleicht von neutraler Stelle auch ein Signal bekommt, dass das ja gar nicht so unvernünftig und auch gar nicht so rechtswidrig ist, was der Arbeitgeber da macht, wie er es ursprünglich dann eingeschätzt hat. Also das kann natürlich auch ein Regel sein, dann die Wogen wieder zu glätten und das Ganze auf eine vernünftige Basis zu setzen. Hatten wir schon mal bei einem anderen Podcast gemeinsam auch schon mal angekündigt, aber ich glaube, man kann es nicht häufig genug sagen, dass das ja dafür auch gedacht ist und dass man eine Lösung finden kann. Alex, vielen, vielen Dank. Wir sind bei knapp 41 Minuten, aber man sieht, war ein wichtiges Thema, sicherlich auch wieder eine Bereicherung für die Community gewesen, dass du dein Wissen da wieder geteilt hast und wir haben wieder ein bisschen von allen Seiten das Ganze betrachtet und ich freue mich auf das nächste Thema. Wenn ihr Ideen habt gerade, was die Rechtsfragen angeht, schickt es mir gerne zu. Ihr wisst, Alex steht gerne Rede und Antwort und ich hole ihn gerne wieder hier in den Podcast rein und ansonsten fällt mir irgendwas ein oder Alex, dir fällt irgendwas ein, was wir dann beim nächsten Mal wieder als neues Thema haben. Also vielen Dank, viel Erfolg weiterhin, eine schöne Restwoche wünsche ich euch, eine erfolgreiche Woche und ja, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bis bald. Vielen Dank, Daniel. Bis dahin. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, Ihrer HR Software.